Hallo und herzlich willkommen zu dieser Radtour, die wir am 17. Mai, einem Sonntag, geradelt haben in Corona-Zeiten. Hier seht ihr unseren Startpunkt in Burscheid. Ja, das ist ein kleiner Parkplatz an der Bahntrasse, die Balkantrasse. Von dort aus sind wir gestartet und ihr seht hier nochmal, da rechts umkreise ich den Startpunkt, gegen den Uhrzeigersinn, eine Strecke von ca. 41 Kilometer geradelt. Ja, wir sind gerade auf der Karte an der Sengbachtalsperre vorbei und dort, wo ich gerade gekringelt habe, fahren wir an der Wupper entlang. Hier geht es immer an der Wupper entlang und hier an diesem Punkt haben wir eine kleine Mittagsrast gemacht im Haus Rüden. Vorbei am Wipperkotten und hier in Leichlingen gab es noch einen sehr schönen Bauernhof. Wird es dann auch im Video noch, werde ich da noch drauf eingehen. Ja, dann ging es weiter. Da ich ja Wald liebe, wisst ihr ja, versuche ich immer eine bewaltete Strecke zu finden. Leider ging es dann mal entlang an der Autobahn. Ja, und hier ist das Gut oder der Gutshof Abrufen. Ist ein Naturgut, gehe ich dann auch noch mal drauf ein. Ja, und hier geht es dann auf der Balkantrasse wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt in Burscheid. Ja, hier seht ihr auch schon, wie wir gestartet sind in Burscheid. Hilgen, genauer gesagt, ist ein Ortsteil von Burscheid. Ja, Burscheid ist ein kleines Örtchen, hat rund um 19.000 Einwohner. Die Stadt ist geprägt durch viele kleinere Ortschaften, deswegen die sind etwas verstreut, hier auch in Hilgen. Ja, hier seht ihr schon, ja, hier kommt ein kleinerer Waldweg. Ist wohl eher was für Fußgänger, aber gut, in Komoot habe ich den Kompromiss gemacht, weil ich keine Lust hatte, über die Dorfstraßen zu fahren. Hätte ich aber vielleicht doch besser vorgezogen. Ist hier doch ein bisschen archtrickey und eher, ja, mehr ein Wanderweg, denn ein Radweg. Aber in Komoot war das Ganze eigentlich doch so ausgewiesen, als ob man das mit dem Fahrrad doch fahren kann. Ja, wie ihr seht, gut, man kann es fahren. Wir haben ja etwas schwerere Stadtfahrräder, beziehungsweise Pedelecs. Pedelecs, ne, die wiegen so mit Gepäck, so, was wir immer so mithaben. So dann doch gute 25 Kilo. Aber das geht hier alles noch, ne. Ist allerdings auch wunderschön, wie ihr seht, wer natürlich auch zu Fuß unterwegs ist und gerne mal wandert, kann man das also gut empfehlen. Ja, hier das letzte Stückchen von diesem Waldweg wird nochmal ein bisschen tricky. Kommt hier nochmal ein etwas steilere Stückchen, wo man dann hinunter rum muss. Aber gut, wir haben ja gute Bremsen am Fahrrad. Das geht alles, wenn man die Technik beherrscht. Ja, auf dieser Dorfstraße wäre ich eigentlich besser von oben aus, besser direkt weitergefahren. Aber ich war mir natürlich nicht ganz sicher, wie viel Verkehr hier ist. Und außerdem an diesem schönen sonnigen Mai-Tag, an dem Sonntag, liebe ich es natürlich, durch so etwas schattig bestandene Streckenabschnitte zu fahren. Es muss nicht immer durchgehend schattend sein, so wie hier jetzt. Aber ich liebe es, wenn es doch sehr viel Baumbestand und Waldbestand gibt. Naja, gut, wir haben die kurze Strecke da hinter uns gelassen. Beim nächsten Mal würde ich es anders machen. Ja, hier wohl eine ehemalige Gaststätte oder Ausflugslokal. Schade, dass sie natürlich zu ist. Und hoffen wir das Beste, dass es hier nicht noch mehr Ausflugslokalitäten erwischt, wegen Corona und den Schließungen. Ja, es ist auch gerade dieses Wochenende, das glaube ich das erste Wochenende, wo auch wieder die Gaststätten in NRW aufmachen durften. Natürlich unter strengen Auflagen, wegen der Pandemie, dem Coronavirus geschuldet. Werden wir auch nutzen, werdet ihr später noch sehen. Ja, wir radeln jetzt hier wunderschön durch dieses bewaldete Gebiet, Richtung Sengbachtalsperre. Ja, bevor ich was noch zu der Sengbachtalsperre, hier ist übrigens das Autobahnviadukt. Wir unterqueren hier jetzt gerade die A1, zwischen Remscheid und Köln. Ja, hier ist auch schon das hintere Ende, eigentlich der Sengbachtalsperre. Es geht auch hier am linken Ufer der Sengbachtalsperre, also Richtung Norden quasi. Sagen wir mal besser Nordwesten. Ja, es geht ordentlich rauf und runter. Und ja, aber ich wollte noch kurz was anderes erwähnen. Ihr wisst ja, denkt dran, das ist ein 360 Grad Video. Ihr könnt auf Pause drücken oder klicken und mit der Maus im Bild den Mauszeiger dann festhalten und mit der Maus hin und her bewegen oder mit einer VR-Brille oder mit dem Tablet das bewegen. Das funktioniert auch. Dann könnt ihr euch umschauen und die Gegend anschauen und ansehen. Ja, was ich noch zum Video wichtigerweise erwähnen möchte, ist, dass ich dieses Mal, weil schon einige sich doch mal im Kommentar gemeldet haben und die Anregungen habe ich aufgegriffen oder versucht zumindest zu verarbeiten. Ich habe nicht mehr wie früher durchgehend im ganzen Video eine viereinhalbfachen Zeitraffer-Modus eingestellt, sondern ich habe die schöneren Abschnitte wie diese jetzt hier zum Beispiel nur noch doppelt so schnell. Ihr seht, ja, ihr könnt natürlich dann euch auch etwas amüsieren. Wir sind etwas langsam unterwegs, das kann man natürlich dann auch sehen, aber es sind auch einige ganz gute Anstiege hier, wie man sieht. Und selbst mit dem Pedelec und mit so viel Gewicht ist das auch nicht so ganz einfach. Und man will ja auch ein bisschen sich anstrengen, sonst ist das ja auch nicht sinnvoll, nur mit E-Unterstützung zu radeln. Also wie gesagt, ich habe nicht mehr durchgehend einen viereinhalbfachen Zeitraffer-Modus. Die schöneren Abschnitte sind halt nur noch mit zweifacheren Modus, also deutlich langsamer, weil sich ja viele beschwert haben, Zeitraffer wäre nicht so toll. Aber gut, ist natürlich auch ein bisschen der Sache geschuldet. Ich möchte natürlich auch die ganze Strecke zeigen und nicht wie im Fernsehen nur die schönsten Abschnitte, wobei ich mich immer bemühe, sehr schöne, durchgehende, schöne Touren zu machen, wo es eigentlich mein Ziel ist, möglichst 100 Prozent, das wird man natürlich nie erreichen, immer Strecke zu machen, die sehr schön ist, landschaftlich wie auch von viel Wald und Natur etc. Also möglichst allerwenigst Straßen. Aber das lässt sich ja nicht immer vermeiden. Darum der Kompromiss, mal schauen, wie es bei euch ankommt. Ihr könnt ja gerne mal Rückmeldungen geben. Ja, was ist noch zur Sengbach-Talsperre? Ihr seht schon, hier geht es mal wieder bergauf. Ist auch ein wunderschönes Gebiet. Und die Sengbach-Talsperre ist eine Trinkwasser-Talsperre, die eigentlich zu Solingen gehört. Die Solinger sagen, das wäre für sie die Solinger-Talsperre. Aber sie heißt halt Sengbach-Talsperre. Sie liegt in einem abgeschiedenen Seitental der Wupper, unweit von Schloss Burg. Also, wie gesagt, wer mal einen Ausflug nach Schloss Burg macht, der kann von dort aus auch ganz gut zur Sengbach-Talsperre wandern. Hier ist es wunderschön, sehr ruhig. Und natürlich zu Corona-Zeiten, wie sagt man immer, oder sagen die Medien immer, nicht die Hotspots aufsuchen. Ja, also hier verteilt sich das sehr gut. Man kann sich gut gegeneinander ausweichen, sodass man auch den Abstand relativ gut einhalten kann. Ja, die zwischen Wäldern gelegene Wasserspeicher versorgt die Bewohner der Stadt Solingen mit Trinkwasser. Aus diesem Grund wird das Bauwerk im Volksmund meist auch nur Solinger-Talsperre genannt. Ja, ich habe mal, lese hier auch mal so zwischendurch ein paar Sachen von Wikipedia durch zur Information. Zeitweise wurde sie auch als Sengbach, also mit K geschrieben, statt mit G, Talsperre genannt. Um das Oberflächenwasser gemäß der Trinkwasserverordnung aufzubereiten und allen Solingern Haushalten zur Verfügung stellen zu können, wird das Wasser aus der Sengbach-Talsperre über eine Leitung von 900 mm Durchmesser in das naheliegende Wasserwerk Glüder transportiert und dort mittels Filtern und moderner Prozestechnik in mehreren Stufen zu Trinkwasser aufbereitet. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal hier so gerade im Video schaut, es gibt ja hier leider auch schon einige große Baumschäden, sei es jetzt durch ehemalige Stürme oder aber auch durch die Trockenheit der letzten Jahre, wie man sieht, muss hier leider auch einiges ausgedünnt werden. Naja, das wird wohl nicht nur hier so sein, das wird es sicher auch in vielen anderen Ecken in Deutschland geben. Also da ist diese Ecke hier sicher nicht alleine mit beschieden. Ja, achso, da fällt mir noch ein, ich versuche hier auch mal auf Musik zu verzichten. Also musikalische Hintergrundseinlagen. Weiß nicht, ob es, ja hier sieht man gerade rechts, glaube ich, ist wieder eine größere Fläche kahl gehauen worden. Und hier rechts sieht man auch schon, dass die Bäume sehr vertrocknet sind. Ja, leider, muss man sagen. Aber gut, links übrigens auch der Hang und man versucht das ja wieder aufzuforsten. Aber das wisst ihr ja sicher alles selbst aus den Medien. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, mit Musik, genau. Wegen der GEMA-Geschichten muss man immer langwierig suchen nach irgendwelchen GEMA-freien Musikstücken, die, wie ich finde, dann auch hier zu passen würden. Und, ähm, ja, also ich versuche jetzt mittlerweile mal darauf zu verzichten. Ähm, bitte dafür um Verständnis. Ähm, ja, darum versuche ich mal ein bisschen mehr zu erzählen. Wem es halt nicht gefällt, der kann ja den Ton abstellen. Ähm, allerdings versuche ich natürlich auch immer gewisse Informationen zu der Strecke oder Sehenswertes zu geben. Mal schauen, wie es klappt. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen Musik an Stellen hinterlegen, weil wegen der neuen Technik, äh, da ich nicht mehr durchgehend alles in Zeitraffer mache, das verlängert natürlich auch das Video insgesamt. Und, äh, tja, es ist natürlich auch immer ein bisschen langweilig, ne, für manche, die sich die ganze Strecke anzuschauen. Wobei ich finde, das ist, ähm, die Strecken, die wir versuchen zu radeln, auch, ähm, eigentlich immer durchgehend wunderschön sind und man sich ein gutes Bild davon machen kann, äh, wie die Strecke landschaftlich ist, beschaffen ist. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich will ja hier nicht, wie im Fernsehen, äh, bei WDR wunderschön, äh, nicht nur immer die schönsten Abschnitte zeigen und dann immer fernab des Radweges, ähm, wo man dann, äh, sich schinden muss, rauf und runter und abseits und über Straßen nur, um irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ja, hier geht's jetzt mal ganz gut bergab. Ähm, wir sind jetzt hier, haben wir sicher den Einzugsbereich der Talsperre auch schon verlassen. Sind also quasi auch schon an der Staumauer vorbei. Und von daher geht's jetzt nur noch bergab. Übrigens, die, ähm, Sengbach-Talsperre hat ein Fassungsvermögen von circa 2,8 Millionen Kubikmeter. Und die, äh, Krone, also die Deichkrone ist, äh, bis oben hin vom Grund gemessen, von der Grundsohle 43 Meter hoch. Ähm, ja, früher gab's auch da in der Nähe von der, ähm, Staumauer ein Stückchen dann auf der anderen Seite, wo wir jetzt längst gefahren sind, gab's früher auch ein nettes Ausflugslokal. Also wer die Tour irgendwie andersrum fahren möchte oder will oder wie auch immer, äh, der kann natürlich da mal schauen. Ich weiß nicht, ob dieses Ausflug... Ja, das war wieder jetzt gerade mal so eine Situation. Ja, mit Corona alles steht rum und, äh, keiner macht so richtig Platz. Obwohl der Weg ja wirklich groß genug ist. Finde ich mal ein bisschen schade, ne? So, hier die Situation. Die nächste Situation, äh, bergfahrende Radler haben natürlich immer Vorfahrt. Und deswegen haben wir gewartet. So, und diese beiden haben uns in der Mitte durchfahren lassen. Naja, ob der Abstand nach rechts und links 1,5 Meter, also insgesamt 3 Meter ist, wage ich mal zu bezweifeln. Gut, hier kommen wir jetzt auf die, äh, Zufahrtsstraße von Witzhelden ausgesehen oder Burscheid, die runter geht Richtung, ähm, Glüdern. Das ist dann auch schon, glaube ich, ein Ortsteil, der zu Solingen gehört. Ich, wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal den Zeitraffer schneller laufen lassen. Also diesen viereinhalbfachen Effekt, weil, wen interessiert die Straße und die lauten Motorradgeräusche? Ja, so richtig mit dem Radweg funktioniert das hier auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es der wirklich hier ausgewiesen ist als solcher. Ja, hier, Asche auf mein Haupt, hier habe ich jetzt mal den, äh, eigentlich Fußgängerweg, äh, benutzt. Weil, wie gesagt, ich bin nicht Fan von, ähm, auf dieser schmalen, äh, Landstraße eigentlich lang zu radeln. Wobei man sagen muss, ich glaube, letztes Jahr haben die, die Verantwortlichen diese Straße hier mal geteert. Denn als wir die letztes Jahr lang gefahren sind, kann auch davor sein, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Also da waren hier wirklich ganz fürchterliche Hubbeln und, und Flickenteppich. Äh, hier übrigens links ist, äh, Balk, äh, Hauser Kotten. Wer mag, und wenn es denn mal wieder offen hat, kann man das besichtigen. Äh, ich war da noch nie so wirklich drin, aber kann ich ja alles mal nachholen, wenn ich mit dem Rollator unterwegs bin. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, haben die, die Straße hier neu geteert. Dort gerade, wie vorgesehen, vorher, kurz vorher gesehen, hat man auch eine kleine, ähm, Umgehungsinsel gemacht. Wahrscheinlich um diese unübersichtliche Stelle, wo wir jetzt gerade links abgebogen sind, verkehrstechnisch ein bisschen, äh, zu sichern. Ja, das sind wieder hier, ähm, Dorf, äh, Orts, Nebenstraßen, wie man auch immer diese Straßen bezeichnen will. Oder, ja, vielleicht auch hier schon fast wieder Wirtschaftswege. Äh, die sind natürlich okay für mich aus meiner Sicht. Ähm, ja, manche Radler mögen es ja anders sehen. Ähm, also ich schaue mir ja auch, äh, in YouTube, äh, Videos an von anderen, äh, Kollegen, die mit dem Rad unterwegs sind, mit dem Fahrrad und, äh, Fahrradtouren zeigen. Ähm, ja, vieles ist ganz nett. Äh, ich würde es so nicht fahren. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel die Mosel mag ich überhaupt nicht. Da bin ich schon mal vor zehn Jahren, äh, geradelt, äh, Teilstücke, äh, zwischen Kochrem und Traben-Trabach und, ach, immer mal so Teilstücke. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ja, hier seht ihr, sind wir auch schon an der Wupper. Ähm, sehr schönes, äh, Stückchen. Ähm, von Glüdern später aus, ähm, geht jetzt immer Richtung Rüdenstein, äh, mehr oder weniger parallel an der Wupper. Wie ihr seht hier links, ne, ihr könnt ja schwenken, wisst ihr ja, könnt euch das ansehen. Ja, man kann übrigens auch auf der Wupper Kanu fahren. Ähm, leider hält das immer sehr ganz genau, weil man sehr großen Wert darauf legt, dass die Wupper, ähm, als naturgeschütztes Gebiet, wegen Fische und Tralala und Besatz und, und der ganzen Flora, Fauna da drin. Und, äh, äh, ja, ähm, hält das sehr genau. Ja, hier, ähm, an einem kleinen Höhepunkt, hier haben wir wieder ein Blümchen am Webesrand und hier war der Bauer gerade zu Gange mit seinem Trecker, äh, das an einem Sonntag. Ähm, ja, wie ihr seht, ein Bauer hat halt nie Feierabend, wirklich. Kennt auch keine Sonntage, wenn das Wetter gut ist, dann muss er halt mähen. So ist es nun mal halt, ne? Ja, wir steuern jetzt, äh, ja, wohin steuern wir jetzt eigentlich? Muss mal gerade auf die Karte gucken, äh, wo wir denn hier in der Ecke sind. Das ist immer, hehehe, immer so eine Geschichte. Hm, da sind wir lang. Also auf jeden Fall geht's jetzt Richtung, äh, immer weiter Richtung Haus Rüden. Da werden wir dann auch, ähm, eine kleine Pause machen. Ja, das ist jetzt gar nicht mal mehr so weit, sehe ich gerade hier auf der Karte. Ist auch ein sehr schöner Abschnitt, ähm, das sind so ein bisschen hier auch, äh, links die Steilhänge, ähm, an der Wuppa. Ähm, für die Interessierten, ähm, hier soll es denn auch, ähm, Uhu geben. Ich weiß jetzt nicht, wie der Plural von Uhus ist. Uhus wahrscheinlich, wie ich gerade selber automatisch gesagt habe. Ähm, ja, ähm, es gibt hier den, den NABU Remscheid oder den, äh, NABU, äh, biologische Stationen. Da müsst ihr mal im Netz gucken. Ähm, die machen dann auch schon mal Führungen. Ähm, ja, jetzt in der letzten Zeit habe ich jetzt nicht speziell so geguckt. All die, weil wir natürlich wegen Corona das Problem haben, ja, mit Menschengruppen, ne. Äh, wisst ihr ja selber, brauche ich jetzt nicht großartig zu erklären. Wisst ihr ja sicher jetzt, was ich meine. Ja, gut, hier sind wir, äh, am Parkplatz Wuppau vorbeigekommen. Hier müssen wir dann mal kurz die, ähm, Odenthaler, den Odenthaler Weg kreuzen. Beziehungsweise die Straße, die L427. So, und jetzt geht es hier den Wüstenhof, so nennt sich der Weg hier, parallel immer der Wuppa, weiter. Quasi, so grob gesagt, Richtung Süden. Fließt hier die Wuppa. Ja, ja, und wir kommen dann, wie gesagt, zu diesen Wuppa-Steilhängen, wo es angeblich mittlerweile wieder Uhus geben soll, oder Uhus. Ja, ähm, wie gesagt, müsst ihr euch mal schlau machen, im Internet gibt's bestimmt diverse Führungen. Ja, und, ähm, dann müsst ihr das mal buchen, äh, kostet meistens nix, oder, ähm, für Nicht-Mitglieder werdet ihr dann sicher im Netz sehen. Ja, was, ähm, kann ich noch dazu sagen, was gleich kommt, wir werden ja im Haus Rüden, ähm, unsere Mittagspause machen. Ja, und wir hatten uns, äh, dazu dann, äh, doch spontan entschlossen, auch wenn es Corona-Zeiten gibt, äh, zu denen natürlich gerade, wie gesagt, in dieser Woche diese Vorschriften und die Gastronomie überhaupt wieder offen machen durfte. Ja, und diese, diese ganzen Lockerungen und, äh, Tische, äh, desinfizieren, Hände desinfizieren, Zettel ausfüllen, wann man gekommen ist, Name, Anschrift, Telefonnummer und, 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 äh, ich denke mal, das wisst ihr jetzt auch alle. Ähm, das verdirbt einen natürlich so ein bisschen das spontane, ähm, Besuchen von Gaststätten. Ähm, ja, man kriegt dann auch Plätze zugewiesen, man kann sich, ähm, nicht so direkt wie früher ungezwungen selbst einfach mal was aussuchen, äh, weil wir sitzen gerne schattig und nicht so in der prallen Sonne, das ist auch so ein bisschen unserer Gesundheit geschuldet. Ja, gut, die meisten wollen natürlich in der Sonne sitzen, wir nicht, ist halt so, und, äh, das ist dann schon immer ein bisschen problematisch, dass auch, äh, den Gastronomieverantwortlichen, den Kellnern oder der Bedienung, äh, oder wer auch immer einen da die Plätze zuweisen tut oder macht, ähm, zu vermitteln. Ähm, und ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, klar, ne, äh, gerade an so einem schönen Tag mit so schönem Wetter, ähm, wollen natürlich alle das oder viele das nutzen und, ja, gut, äh, ja, gut, äh, ich sag mal, äh, es gibt noch das Haus Rüdenstein, äh, da kommen wir als erstes gleich hier dran vorbei, das ist natürlich noch mehr beliebt und noch voller, ähm, ich sag mal so, ähm, ich denke, wer diese Tour plant, der sollte am besten dort anrufen und einen Tisch reservieren, und, äh, das Problem ist natürlich, äh, in etwa immer die Uhrzeit einzuplanen, wann man denn da sein möchte, ähm, deshalb mache ich sowas nicht so gerne oder habe ich bis jetzt eigentlich noch nie auf einer Radtour gemacht, ähm, tja, muss man, muss halt jeder selber entscheiden, äh, wir sind dann halt weitergefahren, wir haben direkt gesagt, komm, da kriegen wir nichts, wie ihr seht, hier ist das schon, das Haus Rüdenstein, hier sind schon die ganzen parkenden Autos, alle wollen hier wieder die Ausflugsgastronomie, ist übrigens auch eine schöne Lokalität für Veranstaltungen, man kann da von der Wiese aus, äh, draußen sitzen und direkt auf die Wupper schauen, also wir haben es direkt gelassen, als wir da gesehen haben, wie viele Fahrzeuge da parken, als Alternative fahren wir dann immer ein Stückchen weiter zum Haus Rüden, da ist es nicht ganz so schlimm mit den Ausflugstouristen, ähm, ja, gut, man muss auch da schon mal warten und, wie gesagt, leider zu Corona-Zeiten hat die Gastronomie natürlich auch wegen der Abstandsregelung, äh, deutlich weniger Tische, die müssen ja die Abstände von Tisch zu Tisch einhalten, äh, ist es natürlich auch nicht viel einfacher geworden, ne, ein freies Plätzchen zu bekommen. Ja, wie ihr seht, hier ist es ein bisschen mehr los, weil, wie gesagt, viele da den Parkplatz auch, äh, nicht nur für die Gastronomie, äh, zur Anfahrt nutzen, sondern ja natürlich auch zum Parken und als Ausgangspunkt für kleine Spaziergänge. Hier übrigens auch, ja, hier seht ihr, ist das schon unser Haus Rüden, ich hab das mal hier so ein bisschen länger im Bild, äh, stehen lassen, damit ihr mal seht, wie das so aussieht, wie, wie das hier so zugeht, zu Corona-Zeiten. Äh, ja, ihr könnt euch ja ein bisschen umschauen, ne, mit dem, ist ja ein 360-Grad-Video, wisst ihr ja. Ja, und deswegen hab ich das mal so als Bild ein bisschen länger stehen lassen. Ihr seht, ne, ich gehe hier gerade mal drauf zu und schauen. Ich musste ja hier warten, weil meine Frau schon mal reingegangen ist und einen Tisch, äh, freihalten wollte. Deswegen hab ich jetzt erst die Fahrräder geparkt, als sie signalisiert hat, jo, wir haben einen Tisch und, ähm, ja, wir haben dort lecker gegessen und sind jetzt wieder auf Tour auf unserem Rundkurs. Ja, das ist übrigens auch noch ein gutes Stichwort, Rundkurs, äh, den hab ich gewählt, äh, wegen Corona-Zeiten natürlich, ähm, ja, ihr wisst natürlich, dass, ähm, dass man, ähm, in Bussen und Bahnen, ähm, Mundschutz tragen muss. Ähm, ähm, ich find's natürlich nicht so lustig und auch nicht so gut, weil, wie gesagt, gesundheitlich, ähm, bin ich nicht unbedingt der fitteste und deswegen, denke ich mal, gehöre ich auch eindeutig zu den gefährdeten Personen. Und ich muss und will mich auch nicht da unnötigen Corona-Viren aussetzen. Deshalb haben wir übrigens diesen Rundkurs, oder hab ich diesen Rundkurs auch, äh, so geplant, wie wir den jetzt hier gefahren sind. Ja, ist natürlich ein bisschen beschwerlich gewesen, wie gesagt, vor allen Dingen an der Sengbach-Talsperre, rauf und runter. Und unser Akku ist übrigens auch an die Leistungsgrenze gekommen, bei diesem 41 Kilometer langen, äh, Rundkurs. Lack wohl sicher mehr oder weniger daran, dass es schon am Anfang, äh, an der Sengbach-Talsperre, also wie gesagt, an dem Uferweg ging es sehr viel rauf und runter. Und, ähm, ja, das hat natürlich dann schon auch einiges an dem Akku gezogen. Ich hab übrigens die Strecke auch so rum ausgewählt, ganz gezielt und ganz bewusst, ähm, nur für euch zur Information. Weil man muss ja wieder von, äh, Leichlingen, das ist dann so in etwa fast auf Rheinhöhe, ich weiß nicht, wie hoch da das Gebiet so ist, 60, 80, 100 Meter, äh, muss man ja dann auch wieder hochradeln. Und dann hab ich gedacht, okay, wie kann man das am besten, äh, gleichmäßig, äh, machen. Und dann hab ich eben halt die Balkantrasse gewählt. Deswegen auch der Ausgangspunkt von Burscheid aus auf der Balkantrasse, ähm, damit man wenigstens, wenn man denn schon lange wieder sehr viel bergauf fahren muss, weil, und es geht, wie gesagt, von Leichlingen kontinuierlich bis, äh, nach Burscheid zu unserem Startpunkt oder auch und, 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 oder auch Zielpunkt, ähm, stetig bergauf. Ne, also, das, äh, hat natürlich auch noch mal ganz gut an den, an den Akkus gezehrt. Ja, ähm, darum hab ich das so rum gewählt. Man kann die Tour natürlich auch für die Sportlichen, die, äh, vielleicht mit Pedelec-Unterstützung, also mit Elektroantrieb-Unterstützung unterwegs sind. Hier queren wir übrigens gerade die Wuppa, äh, weil ich finde, ich bin noch nie die Strecke auf dieser Seite des, ähm, der Wuppa-Seite gefahren bis runter zum, ähm, wie heißt es, Hasenmühle oder was das da unten ist, wo die Wuppa dann rauskommt an der Wuppa-Brücke der Landstraße, äh, von Leichlingen aus. Äh, weil auf der anderen Seite muss man da immer ein bisschen auf Straße fahren und, äh, ähm, ich hab gedacht, komm, das sah hier ganz gut aus, zumindestens in Komoot. Äh, ich schau mir das ja auch immer quasi ein bisschen im Satellitenbild schon an, wie das aussieht von der Strecke. Ja, und wie ihr seht, ich bin also sehr positiv und sehr angenehm überrascht. Äh, gefiel mir sehr gut, weil es ist ja eigentlich hier ein Waldweg. Und für Autos, äh, mehr oder weniger, äh, zumindestens für den zivilen Verkehr nicht normalerweise zugelassen, die Zufahrt. Ja, wir steuern jetzt übrigens, ähm, wie gesagt, ähm, wie gesagt, jetzt liegt die Wuppa rechte Hand. Und wir steuern jetzt auch quasi auf, äh, die, den Wippa-Kotten zu. Äh, das ist übrigens auch eine ganz interessante Geschichte. Der Wippa-Kotten ist so ein alter Schleif-Kotten, wie man hier so sagt. Äh, Kotten, ja, Kotten, die Übersetzung aus dem Bergischen Dialekt. Äh, was soll ich euch dazu sagen? Ich, ich würde mal sagen, eine Bude oder, 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 äh, Behausung oder, äh, ja, also eine Fabrik kann man nicht sagen, ne, weil da meistens die Schleifer in, in, in Heimarbeit oder in kleineren Firmen, als kleinere Firmen später, äh, ihre Schleiferarbeit gemacht haben. Ähm, ja, werde ich gleich auch noch ein Bild zeigen. Allerdings, wie gesagt, ist jetzt von der anderen Seite der Wuppa ausgesehen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr vor der Brücke nicht, äh, abbiegt, wie wir das gemacht haben, beziehungsweise über die Brücke zu fahren, könnt ihr den Weg auch geradeaus weiterfahren. Und ihr kommt automatisch dann direkt am Wippa-Kotten vorbei. Also, wer ein kleines, äh, Kartoffelmesser hat, der kann das da übrigens schleifen lassen und schärfen lassen. Ich weiß nicht, die hatten da früher teilweise, glaube ich, auch an Feiertagen geöffnet. Ja, äh, ist wie gesagt ein Wasserradantrieb. Ja, ihr seht gerade, hier ist jetzt der Punkt, von wo man das aus sehr schön sehen kann, den Schleifkotten mit einem Wasserfall. Ähm, weil die Wuppa hier ein bisschen aufgestaut wurde, damit der Schleifkotten, das, äh, Wasserrad dann auch entsprechend, ähm, die Wasserkraft zur Verfügung stehen hat. Also, wie gesagt, wenn ihr euch das anschauen wollt, dann fahrt ihr besser auf der anderen Seite weiter. Ihr kommt später dann auch auf dem gleichen Punkt wieder raus. Ähm, ja, was kommt jetzt noch, der, ja, da gibt's noch, wir steuern jetzt auf einen, einen Gutshof zu. Äh, das war mehr oder weniger auch Zufall. Äh, ich wusste das gar nicht, dass wir da mehr, äh, tatsächlich dran vorbeikommen. Und der ist sehr schön, hier linke Hand ist der schon zu sehen. Das ist gut Nesselrad. Und ihr seht, ne, die Einfahrt zu dem Hofinneren, äh, die gleicht schon fast einer kleinen Burg. Und das fanden wir so gut. Und da war ja auch ein Schild vor, dass man dort auch, äh, am Sonntag war das ja auch, ähm, was kaufen konnte. Also, äh, Obst und Gemüse. Natürlich haben wir das genutzt und haben natürlich frischen, leckeren Spargel und Erdbeeren mitgenommen. Ähm, ja, hier nochmal der Innenhof. Ein bisschen, ähm, ähm, Spargelanbaugebiet hier unten. Wir sind ja hier schon in dem Einzugsgebiet von, äh, Leichlingen. Und, ähm, ähm, ja, wir radeln jetzt hier wieder, ähm, Richtung Wupper, beziehungsweise sie ist noch hier rechter Hand hinter den Bäumen. Ähm, ähm, und zwar müssen, müssen wir auch, ähm, später noch die Wupper wieder überqueren. Aber es geht jetzt hier, wie gesagt, von dem Gutshof Nesselrad weiter. Ich weiß gar nicht, warum hier so viele Autos standen. Wir haben mal vermutet, weil da links war wohl, glaube ich, ein Erdbeerfeld. Und hier ist links Spargelfeld da zu sehen. Gehört wohl alles zu diesem Gutshof Nesselrad. Ja, ihr seht, hier habe ich mal wieder gerade ein bisschen Zeitraffer schneller gestellt. Gott sei Dank ist hier wenigstens, äh, an dieser, doch etwas stärker befahrenen Landstraßenabschnitt, ein separater Radweg, den wir denn natürlich auch, äh, gerne genutzt haben. Ja, wir sind jetzt hier Nesselrad, äh, durch. Und, ähm, bei Kradenpool, so heißt dieses kleine Nestchen, ähm, sind wir jetzt über die Wupper, beziehungsweise fahren wir jetzt hier drüber, dieses kleine Wupperbrückchen, und fahren jetzt hier auf den kleinen Ort Horn zu, um dann weiter, äh, nach Hubelrad zu gelangen. Ja, das ist jetzt hier der etwas, ähm, gleich. Hier ist es ja noch okay und schön. Und auch hier durch den Ort Horn, äh, okay, habe ich gedacht, das sind alles so kleine Nestchen, da wird schon nicht so viel Verkehr sein. Hm, war nicht ganz so, wie ihr seht. Einige Autos sind dann doch schon unterwegs. Äh, ja, ist natürlich, ähm, nicht immer ganz so schön. Seht ihr, na, ist schon ein bisschen mehr Verkehr. Ja, und, äh, eigentlich hier so der, jetzt sind wir gerade auf die obladende Straße eingebogen, nach links. Es geht jetzt wieder so ein bisschen nach Richtung Südwesten, grob gesagt, äh, wie nach Hubelrad. Ja, hier ist der Abzweig nach Hubelrad. Ich habe da gedacht, komm, bei der Planung der Tour durch so ein kleineres Örtchen, weil ich wollte eigentlich wieder ein Waldgebiet ansteuern, und zwar das Waldgebiet Grafenberg. Äh, was ich gedacht habe, dass man da eben dann auch schön wieder ruhig und ohne viel Autoverkehr hier fahren kann. Ja, ich, ich hatte auch ins Auge gefasst, ähm, und zwar da unten den Wald bei Müllerhof. Da gibt es, glaube ich, auch noch so ein richtig schönes Schlösschen, äh, vorbei zu radeln, an der Wupper lang, aber ich war mir nicht sicher, wie der, wie der, wie der Fahrt da ist. Da ist, äh, ich habe es mir nämlich in, äh, Google Maps angeschaut, und es war nicht so ganz eindeutig, ob der Weg mit dem Rad gut befahrbar gewesen wäre. Naja, gut, ähm, wir sind hier, jetzt, wie gesagt, das schlimmste Stück war eigentlich hier zwischen Horn und Rubbelrad, fand ich, von der Straße her. Äh, möchte ich also nicht unbedingt, äh, denke ich mal, empfehlen, den Werktags herzufahren. Ja, hier, ähm, unterqueren wir jetzt übrigens auch die, ähm, Hauptstrecke der Bahn, die nach, ähm, Solingen abzweigt. Ja, und jetzt erreichen wir auch schon das Waldgebiet Grafenberg, äh, und steuern dann im Grunde genommen, so grob gesagt, Richtung Südwesten auf das Autobahn-Dreieck Langenfeld zu. Äh, das ist so eine Anschlussstelle, äh, wo die A3, wo man von der A3 aus dann auf die A542 fahren kann. Ja, das, äh, ist leider auch noch ein nicht so ganz so schöner Streckenabschnitt. Den werdet ihr nachher noch sehen, äh, den ich als Kompromiss äh, wählen musste, um die Verbindung dann zum nächsten Waldgebiet. Ja, es ist leider so, ne, die, äh, Waldgebiete sind leider nicht mehr so zusammenhängend. Äh, ihr seht ja hier dieses, äh, äh, Waldgebiet Grafenberg, ähm, ist sehr schön, ne, die Wege sind toll und man kann das sicher auch erstklassig nutzen, um zum Beispiel an sehr schönen, warmen, sonnigen, ähm, ähm, Sommertagen bei relativ hohen Temperaturen zu radeln. Ja, ähm, jetzt kommen wir hier, wie gesagt, an diese Parallelstrecke gleich. Die verläuft so an, an einer, ähm, Landstraße bei Furt, so heißt das, das ist auf der anderen Seite, äh, ist Windfahne, so heißt das Ort, der Ort, das Örtchen, kann ich bis jetzt auch nicht. Windfahne, na ja, sehr interessant, ähm, ist aber, ähm, eigentlich Nordsteil von Laichlingen und, ähm, ach nee, wir sind hier noch durch den anderen Rest des Waldes unterwegs, ja, es gehört hier auch noch, ähm, ja, allerdings dort, wo wir dann nachher rauskommen und auf die, wie gesagt, Landstraße stoßen werden, ähm, da ist auf der anderen Seite der Autobahn das Furtermoor, auch ein sehr schönes Waldgebiet, aber, ja, eben leider, wie gesagt, durch die A3, ähm, ja, ist die Verbindung darüber natürlich schlecht und, ja, und dann ist es natürlich auch eine, eine Sache von dort aus gehst, geht es dann eigentlich Richtung weiter, Richtung, Richtung Rhein runter, aber da sind mir zu viel, zu viel, ähm, Wege, die, äh, ja, die man eigentlich dann auf Straßen nutzen muss, und da, da fehlt mir ehrlich gesagt, die, der, der Unternehmergeist, beziehungsweise, ähm, ja, die Gesinnung dort lang zu radeln, ne, also der Wille, dort mal lang zu radeln, weil, ihr wisst ja, ich mag eigentlich nicht, äh, so gerne, ne, auf solchen stärker befahrenen Straßen zu radeln, ja, ihr seht, ne, das ist noch ein sehr, sehr schönes Waldgebiet, was man sehr schön queren kann und entlang fahren kann, aber wie gesagt, eben gleich auch, äh, kommt die böse Überraschung, ähm, ja, dann kommt die A3 und, äh, Schluss ist mit schön und lustig, ähm, ja, übrigens ist mir da auch noch ein, ja, eigentlich ungewollt, aber, äh, eigentlich aus der Situation heraus, weil, wie gesagt, lauter und stark befahrener Straßenlärm, der nervt mich einfach, und, äh, aber werdet ihr gleich sehen, werde ich noch drauf eingehen. Ja, wie man sieht, ne, hier kommen schon wieder ein bisschen mehr Zivilisation und Häuser, ja, hier rechte Hand ist jetzt eigentlich schon hinter diesem, ähm, Zaun, ähm, Gebilde hier, jetzt gleich werdet ihr auch die, äh, die, diese stark befahrene Landstraße sehen und dahinter ist dann auch direkt parallel die Autobahn. Ja, das ist jetzt hier der Abschnitt, wie ihr seht, ein Auto nach dem anderen. Ja, und hier bin ich, wie gesagt, aus Versehen abgezweigt, beziehungsweise ich hatte mir das als Alternative gedacht, um diesen, diesen blöden Teilstück parallel da oben, seht ihr gerade rechts, ne, ähm, diese, auf der Brücke geht eigentlich diese Landstraße lang und dort kann man eigentlich auch neben der Landstraße, äh, den Radweg fahren, aber wie ihr seht, äh, das hier ist ja eigentlich viel, viel schöner und ruhiger und, äh, ja, deswegen war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hatte mir das ja schon angeschaut in Google Maps, ähm, aber man kann nicht immer genau sehen, wie, wie der, wie die Oberfläche oder der Belag jetzt wirklich ist, ne, ob der wirklich, äh, fahrradtauglich ist. Naja, gut, ich bin das Risiko halt mal eingegangen und, ja, es ist auch ein bisschen blöd, man muss ein bisschen zickzack fahren und, ähm, ja, werdet ihr später auch gleich noch sehen, äh, es blieb mir dann doch nicht erspart, noch ein gewisses Teilstück an dieser besagten Landstraße, die parallel zur A3 verläuft. Das finde ich übrigens überhaupt ein bisschen witzig, ne, also, ein ganz großes, äh, lange, längeres Stück, äh, eine Landstraße, die parallel zur Autobahn verläuft, ne, also, wobei dann auch noch, Anschlussstellen sind. Naja, vielleicht kommt ja irgendwann mal die Autobahn maut, dann macht das Stück wahrscheinlich Sinn und dann ist das noch viel stärker befahren. Oje, oje. Ja, wie ihr seht, ne, diese, äh, unfreiwillig oder ungewollte, ähm, Abbieger auf Nebenstrecke ist sehr schön, aber wie gesagt, na, er verläuft nicht unbedingt gerade, ähm, geradewegs oder direkt, ähm, auf meiner Idealstrecke. Äh, ja, hier müssen wir jetzt doch wieder durch ein bisschen Wohngegend, aber das ist ja alles noch harmlos. Aber ihr werdet gleich sehen, wir müssen gleich wieder rechts abbiegen auf eine größere Straße und, ähm, ja, dann ist dann auch wieder mehr Verkehr. Ich finde das immer ein bisschen nervig, ne, also von daher, ja, ihr seht schon, ne, hier voraus, äh, Gott sei Dank hier auch, ich weiß es nicht wirklich, aber ich meine, es ist ein Radweg, ja, genau, hier muss man dann queren und, ähm, ja, um wieder dann auf die, äh, ja, hier die Landstraße zu kommen, die parallel hier zur Autobahn verläuft. Das letzte kleinere Teilstück blieb mir denn leider nicht erspart. Ähm, ja, das ist, das geht hier bis, bis zu der, äh, Autobahnraststätte, äh, Reusrater Heide West nennt sich das, Autobahnparkplatz. Ähm, ja, also nur mal so als Anderspunkt. Ja, hier haben wir das, die Stelle denn auch schon erreicht und, ähm, wir biegen dann einfach links ab wieder auf einen ruhigen Feldweg und wursteln uns jetzt zum, zur Sand, ja, ist die Straße Sandstraße vor. Ja, hier kamen übrigens, ähm, ein paar Zwerge von links mit dem Fahrrad. Äh, die guckten mich mit ganz großen Augen an, ganz erstaunt, wieso kommt hier einer mit dem Fahrrad her? Äh, ja, ich hab dann immer, ich hab dann, nicht immer, ich hab den beiden gesagt, immer gucken. Ähm, ne, es könnten auch mal Radfahrer kommen. Ja, hier ist übrigens die Sandstraße, hier biegen wir denn links ab, um einem Schleichweg folgen zu können, der hier parallel zur Bahntrasse dann verläuft. Ja, schade, ne, man hätte diesen Weg, wie gesagt, von dort oben, von dieser blöden Landstraße aus, direkt irgendwie parallel zur, äh, zur Bahnstrecke mal anlegen können. Wäre vielleicht mal eine schöne Anregung. Sollten sich das mal vielleicht ein paar Verantwortliche, die da was zu melden oder zu sagen haben, mal vielleicht anregen. Wäre ein sehr schöner, wäre ein sehr schöner Weg. Oder, dass man da mal ein bisschen ein paar Sachen um, umfahren oder umgehen kann. Ja, hier geht's denn, wie gesagt, ähm, grob weiter, zum, hier durch das nächste Waldstück. Jetzt wird's eigentlich wieder mal richtig schön. Das sind Teilstücke, der, des Hülserbruch, so nennt sich dieser, dieser Wald. Und wir gelangen jetzt auch wieder zur Wupper, äh, die denn aus Fahrtrichtung von uns links sein müsste. Ja, wird man jetzt wohl, äh, nicht so gut sehen, aber wir kommen auch noch an einem Abschnitt, wo man wieder ein bisschen näher an der Wupper ist. Ja, es kommt dann auch noch was ganz Schönes. Ähm, ein kleiner Tipp von mir. Ähm, an der gegebenen Stelle werde ich euch dann was dazu erzählen. Ja, hier seht ihr wieder Corona-Problem, Ausweich. Ich glaube, jetzt links kann man die Wupper sehen oder könnte man. sind wir wieder ganz nah dran. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe immer versucht, auf der Strecke, ähm, die Strecke so zu planen, dass man möglichst viele Waldstücke hat und wenig stark befahrene Straßen. Äh, gelingt leider nicht immer, vor allen Dingen auch vor dem Problem der Höhenmeter ist das ja auch so eine Geschichte. Ja, ähm, eigentlich ist es an der Wupper entlang sehr schön. Ist sehr schade, dass man nicht durchgehende Wege hat, die immer parallel zum Ufer verlaufen. Also man muss da leider immer so ein paar Kompromisse machen hier in dem Gebiet. Aber naja, was will man machen, ähm, ist halt leider so. Ja, da mal wieder ein Problemchen, ne, mit dem Abstand und Ausweichen. Naja, äh, was soll man dazu sagen? Ähm, ist halt auch so ein Problem zu Corona-Zeiten, aber auch vorher schon. Ähm, nur zu Corona-Zeiten ist das Ganze natürlich noch mal ein bisschen schlimmer. Ja, hier das, was ich vorhin angesprochen habe, das ist das Waldhaus Römer. Also wer noch mal eine nette Pause machen möchte, ähm, leider habe ich jetzt kein Foto gemacht von hinten, weil, äh, die Leute konnten dort schön draußen sitzen. Sehr, sehr schön, Kaffee und Biergarten, ähm, werde ich sicher hoffentlich auch noch mal nutzen, bei einer anderen Gelegenheit oder Radtour, die ich vielleicht mal in der Ecke radeln werde. Ja, jetzt geht es weiter, wie gesagt, immer an der Wuppelangen, äh, Richtung Ludwig-Reebock-Park, äh, der gehört zu Obladen und wir steuern, wie gesagt, eigentlich, ähm, ist das nächste Etappenziel der Gutshof oder Naturgutshof Obhofen. Ja, hier mal wieder eine Corona-Aus-, Corona-Abstands- Ausweichs- Situation. Ähm, ja, wir halten dann immer an, äh, wir sind ja nette Radler und nicht so, äh, rücksichtslose Leutchen, genau wie hier auch, über die Brücke. Es ist halt nur manchmal schade, dass die Leutchen dann da auf den Brücken da, äh, ihr, ihr Schwätzchen halten und da stehen bleiben. Ich meine, das können Sie ja machen, wenn Sie sich dann in der Reihe hintereinander aufstellen. Hier sind wir übrigens über die Wupper geradelt. Das mal so als kleine, äh, positiv gemeinte Anregung. Äh, ich weiß, viele vergessen das, dass wir Corona haben, wollen vielleicht auch nicht daran denken, ähm, nur wie gesagt, es wäre schön, wenn man das dann nicht unbedingt auf der Brücke macht. Ja, hier sind wir jetzt durch diesen Ludwig-Rehbock- Park bei Opladen oder in Opladen geradelt. Ähm, ja, das war jetzt oder hier jetzt noch eine sehr schöne Baumallee. Äh, ist ja, wie gesagt, eine Wohngegend hier, von daher seht ja, Verkehr ist hier nicht viel. Ähm, ja, das, in der Mitte soll angeblich der Wiembach fließen und rechts und links von diesem Wiembach ähm, hat man eben hier die Straße gelegt, ähm, mit den schönen vielen Bäumen, äh, finde ich eine prima, tolle Sache, hat man schön gemacht, vorausschauend und, ähm, ja, wenn man im Sommer Schatten mal möchte, dort sind auch, glaube ich, einige Bänke, man kann sich da hinsetzen, ähm, wer jetzt nicht immer in Ausflugslokale auf, äh, Radtouren fahren möchte, kann ja dann dort ganz angenehm sein Picknick machen. Ja, wie gesagt, wir steuern jetzt weiter, äh, zu, äh, beziehungsweise Richtung, äh, Gut Obhofen, Naturguthof, Naturguthof, ich glaube, so rum ist es richtig, ist jetzt ein bisschen knifflig, weil man hier jetzt noch mal unter der Eisenbahn auch herfahren muss, ähm, und ist jetzt auch hier wieder leider so ein bisschen viel Straßengedöns, sage ich jetzt mal ganz grob, aber wir erreichen den Gut Obhofen jetzt hier, sind wir auch schon, ja, ein bisschen was zu dem Gut Ob, äh, Naturgut Obhofen, was ist das, ähm, das ist ein Umweltbildungszentrum für Kinder und Erwachsene in Leverkusen, es wurde 1984 als Natur- und Schulbiologiezentrum auf dem Gelände eines alten Gutshofes im Stadtteil Obladen gegründet, ja, ich habe hier mal noch ein Foto gemacht, ihr seht, da kann man sehr schön sitzen, hier haben wir dennoch leckeren Bio-Kaffee und Bio-Kuchen genossen, ja, wir hatten Glück, wir brauchten auch nicht unbedingt einen Sonnenschirm aufmachen, lohnt sich auch, sich mal einiges noch anzuschauen, ähm, kann ich nur empfehlen, es gibt eine Photovoltaikanlage, es gibt tolle Pflanzen zu bestaunen, und, ähm, ein Stückchen oberhalb ist, glaube ich, auch ein Freibad oder Schwimmbad, ähm, also wer mag, kann hier also auch noch, äh, eine nette, gute Pause machen, so, ich habe jetzt mal wieder auf, äh, etwas schnelleren Zeitraffer gestellt, weil von dem Gut Obhofen wollen wir jetzt, äh, zur Balkantrasse radeln, und, ja, wie ihr seht, ne, Zubringerstraßen, die finde ich da nicht ganz so interessant, hier geht es mal ein bisschen steil bergan, ähm, wieder mal ein Stückchen Straße, und, dann hat man auch schon die Balkantrasse erreicht, kann man sich gut merken, hier vor der Brücke, sozusagen, diesen Abzweig, ist übrigens aus der anderen Richtung dann auch ganz gut ausgeschildert, ähm, ja, wie gesagt, wenn man denn aus der Richtung kommt, äh, wie wir die jetzt hier gefahren sind, ist es ein bisschen, ja, ich glaube, es war nicht ganz so toll ausgeschildert, ne, wieder zu der Balkantrasse zu kommen, äh, Panorama-Radweg-Balkantrasse, so heißt das hier ganz genau, ähm, ja, wie gesagt, dieser Abzweig ist dann hier vor der Rennbaumstraße, man hat übrigens diesen, äh, diesen Balkantrassen-Radweg, äh, geschafft, denn auch wirklich zu verlängern, ähm, bis zum Bahnhof Opladen, also ist ja ein Ortsteil von Leichlingen, und, ähm, ja, bin dieses letztere Teilstück, eigentlich, dieses untere Teilstück, bis zum Bahnhof Opladen eigentlich auch noch nie geradelt, aber das finde ich ganz toll für die Berufspendler, die wirklich aufs Rad umsteigen, und, also, den Bahnhof Opladen, den haben wir schon benutzt, weil wir die Strecke hier andersrum schon gefahren sind, ihr findet die auch, ähm, die Balkantrasse findet ihr bei mir im Fahrradkanal auch ein Video, ist schon ein bisschen älter, wo wir die Tour von Marienheide bis runter nach Opladen und dann mit dem Zug zurück wirklich geradelt sind, das fahren so, glaube ich, um die 50 Kilometer, und, ähm, dann könnt ihr euch das Video auch gerne anschauen, da geht's dann von Bergesporn, das ist bei Remscheid-Lennep, geht diese Trasse eigentlich stetig immer bergab, also, die meisten, es gibt hier übrigens auch einen Fahrradbus, jo, das wollte ich jetzt auch eigentlich nicht vergessen noch zu erzählen, äh, der Bergische Fahrradbus, müsst ihr mal googeln, unter dem Begriff Bergischer Fahrradbus, äh, werdet ihr das sicher finden, der fährt übrigens auch jetzt wieder, äh, seit, glaube ich, einer Woche, ähm, ja, ein, zwei Wochen, werdet ihr sehen, weil wegen Corona haben ja viele Fahrradbusse, ich nutze ja sowas auch schon mal, deswegen, ich plane ja auch noch, äh, einige andere Touren, die ich hoffentlich hier dann auch nochmal veröffentliche, ähm, und die meisten Fahrradbusse, habe ich gesehen, die haben die Saison wegen Corona alle leider viel später jetzt begonnen, also eigentlich jetzt erst so ab Anfang Mai, Mitte Mai, ja, also wie gesagt, die meisten fahren die Strecke dann eigentlich von Opladen, die dort unten in der Rheinschiene wohnen, äh, steigen dann dort in den Fahrradbus und lassen sich dann gemütlich, äh, dort hochschippern bis Bergisch Born und, äh, steigen dort aus und, äh, steigen dann hier auf die Fahrrad, äh, Trasse, Fahrrad, äh, Bahntrasse ein, auf diese Bergische Panorama Radwegtrasse ja und dann rollt man eigentlich immer ständig stetig, äh, bergab, ähm, man kann natürlich weiterfahren mit dem Fahrradbus bis zur Endstation, wie gesagt, die liegt in Marienheide, äh, die Bahntrasse ist wirklich zu, wirklich fast 100% verläuft die wirklich auf der ehemaligen Bahntrasse ab Marienheide sogar und wie gesagt sind so rund about 50 Kilometer glaube ich, oder 40, ich kann es euch jetzt nicht so aus dem Kopf genau sagen, ähm, auf jeden Fall sehr, also, sehr, sehr viel, ähm, was ja doch einige Bahntrassen so an sich haben, dass man immer plötzlich dann doch nicht wirklich auf der Original-Bahntrasse radelt, außer einem Abschnitt zwischen Wermitzkirchen, den finde ich übrigens echt schitte, muss ich sagen, aber das habe ich auch schon mal in dem Video, ähm, wo ich die Bahntrasse, wie gesagt, was ihr findet, in meinem Sortiment auf dem Fahrradkanal von, äh, die Strecke von Marienheide bis Opladen und dann mit dem Zug zurück, habe ich das übrigens auch kommentiert. Ja, vielleicht hören sich das auch mal Verantwortliche an und, ähm, also ich finde das Stück durch Wermitzkirchen nicht wirklich schön, man muss mitten durch den Ort und man wird quasi per Schilder auch, ähm, ja, durch die Ortsmitte gelotst, gelotst, also eigentlich dort auch, wo die Einkaufsstraße ist oder das, was ich so nennen möchte, weiß ich nicht, soll wahrscheinlich den Ortskern beleben, aber es ist leider auch so, definitiv, dass, ähm, eine andere Führung, äh, der Strecke nicht wirklich Sinn machen würde, ne, also da wird es nur alles viel, viel schlimmer. Ähm, was man hätte machen können, man hat ja da leider die, äh, Bahntrasse entwidmet und nicht einen Radweg draus gemacht aus dem Stück durch Wermitzkirchen, hat man dann leider oder beziehungsweise Gott sei Dank eine Ortsumgehungsstraße gemacht, jede Medaille hat natürlich zwei Seiten, leider hat man, äh, oder man hätte besser direkt neben dieser Ortsumgehungsstraße auch direkt einen vernünftigen Radweg anlegen sollen, weil das wäre nämlich zwar schmerzlich für die Ohren und, ähm, ja, für den Geruchssinn wegen dem Autoverkehr, aber das wäre noch die schnellste, schmerzloseste Variante gewesen und auch vor allen Dingen höhenmetermäßig von der, von der Ebenheit, dass man eine geringe, geringe Steigung hat, ähm, ähm, da schön hätte dann den nächsten Anschlusspunkt wieder an die Balkantrasse, an die Originaltrasse zu verbinden. Ja, leider ist dem nicht so, ist, finde ich, immer ein bisschen schade, also, man wird, wie gesagt, da leider durch den Ortskern gelotst und da kommen einem manchmal wirklich ganz dicke, große, fette Busse von hinten entgegen, beziehungsweise, äh, fahren an einem vorbei und macht nicht wirklich Spaß, ne, also, gut, Vorteil ist, man kommt auch mal an einer Eisdiele vorbei. Ja, das war noch mal zu diesem Thema, äh, Fahrradbus und Balkantrasse Hinweise, Tipps, ähm, ja, ihr seht, wir sind jetzt hier kontinuierlich auf dem Weg bergauf, ähm, zu unserem Ausgangspunkt, ähm, ja, das ist schon noch ein ganz ordentliches Stückchen, ähm, wir radeln hier auch noch, ähm, richtig durch Burscheid durch, ach ja, ähm, da ist übrigens auch noch für Leute, die, äh, sich mit Verpflegung und mitnehmen, auch zu Corona-Zeiten nicht wirklich selber verpflegen möchten, ähm, ja, das ist eine Radtour, wo man natürlich jetzt so nicht, ähm, sag ich mal, äh, alle Naslang irgendwie eine Verpflegungsmöglichkeit hat. Gut, wenn man natürlich abbiegt und sagt, ich radel jetzt auch mal irgendwo in einem Orts, ähm, Kern, ähm, rein, abseits von der Strecke, äh, das mag sicher möglich sein, gut, sonntags ist das immer ein Problem, da muss man dann immer gucken, dass man eine Gaststätte oder eine Lokalität oder ein Kiosk oder irgendwas findet, das ist hier nicht so verbreitet mit diesen, wie im Ruhrgebiet, diese, äh, wie heißen die, ich sag mal, Kiosk dazu, ähm, das gab's früher auch mal mehr in den größeren Städten hier wie Remscheid und Solingen, aber die meisten haben natürlich hier Mangels Nachfrage auch zugemacht, also sonntags ist man dann doch schon mehr oder weniger auf die Ausflugs-Lokalitäten angewiesen, äh, ich hab übrigens hier, äh, auch mal verzichtet darauf, das Video schnell laufen zu lassen oder schneller wie ich es sonst gewohne, hier ist übrigens ein Bahnhof, ein ehemaliger, äh, weil es von der Strecke auch relativ schön ist und weil es ein 360 Grad Video ist, wie gesagt, ihr könnt euch ja auch mal ein bisschen umschauen, gut, zugegeben, Nachteil ist natürlich, die Bahntrassen, deswegen fahre ich sie ja auch sehr gerne, ne, nicht nur wegen der geringeren Steigung, man hat ja so in der Regel maximal drei, vier Prozent Steigung, weil die alten Dampflokomotiven ja früher nicht so leistungsstark waren, ähm, sondern auch wegen dem schönen Baumbestand, ne, es ist wie so ne, wie so ein Naturschutzgebiet, was, äh, lang gestreckt und lang gezogen ist, ähm, weil rechts und links immer irgendwas grün ist, finde ich die immer sehr toll und wenn sie dann richtig gut zugewachsen sind, finde ich es noch besser, weil dann hat man auch einen schönen Sonnenschutz und kann diese Touren auch, ähm, ja, wirklich fahren, wenn wirklich warme, warme Tage sind, ne, also, ja, ihr seht ja ganz zu ist es nie wirklich, aber, aber doch öfters Baum bestanden und man hat ein bisschen Schatten, finde ich immer ganz toll und es gibt auch so ein ganz eigenes Klima, so ein bisschen, finde ich, auf den, auf den Bahntrassen, ne, ja, das war die Geschichte dazu, Fahrradbus habe ich euch erzählt, ähm, ach ja, wie gesagt, ja, hier war mal gerade rechts wieder eine Bank zu sehen, ähm, fällt mir noch was ein, ja, es gibt auch Ladestationen, ne, also für die Pedelec-Fahrer, ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht diese E-Bikes, weil E-Bikes ist eine ganz andere Geschichte, die, ähm, verwechseln die Leute immer, ne, die Bikes, die die meisten meinen, heißen Pedelecs und nicht E-Bikes, so, diese Pedelecs, ähm, laden kann natürlich auch E-Bikes, aber wie gesagt, dafür muss man ein Versicherungsschild haben, und die fahren auch 45 km, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt hier auf diesen, auf diesen Bahntrassen, Radwegen fahren dürfen, ich glaube, die müssen, glaube ich, sogar auch auf der Straße radeln, ähm, ja, gut, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, aber glaube ich jetzt mal, ähm, ja, es gibt hier, wie gesagt, auch Ladestationen, ich habe durch Zufall eine gefunden, äh, ein Schild oder ein Hinweisschild, äh, ging so ein bisschen rechts ab, war jetzt auch nicht allzu weit neben der Strecke, aber ich finde es jetzt hier im Video nicht mehr, müsste man mal schauen, wo man das im Netz, äh, ich habe auch, äh, schon mal versucht, nach sowas zu googeln, also, irgendwie eine komplette Plattform, wo alle Ladestationen in ganz Deutschland, vor allen Dingen an solchen schönen Radwegen, ähm, habe ich noch nicht gefunden, also solltet ihr da mal, mal, mal irgendwie eine Internetseite finden, wo wirklich die, die ganzen Ladestationen oder möglichst viele verzeichnet sind, äh, die man an so schönen Radwegen vielleicht mal haben kann, weil ich überlege, vielleicht doch mal die eine oder andere, äh, längere Urlaubstour, leider wollte ich dieses Jahr sowas ja schon mal machen, ein bisschen Radwandern, so mit einer oder zwei Übernachtungen irgendwie, irgendwo, vor allen Dingen in der Eifel hatte ich das vor, aber dank Corona ist das jetzt leider alles anders und ich finde das echt, ähm, schade, stinkt mir ganz schön, ähm, und da wäre man ja auch ganz froh, wenn man zur Not auch mal irgendwo was laden kann, ja, ach ja, hier sind übrigens, habt ihr gerade links gesehen, so, so kleine Hinweisschilder für irgendwelche diversen Sehenswürdigkeiten, die irgendwie an der Strecke liegen, ist ja klar, die ganzen kleinen Gemeinden und Dörfer, die wollen natürlich auch ihre, äh, kleinen Besonderheiten den Leuten nahe bringen und drauf hinweisen, ist ja alles ganz legitim, aber wie gesagt, für mich zählt es immer, dass, der Weg ist für mich das Ziel, ähm, also die schöne Tour zu machen und, äh, nicht die ganzen Sehenswürdigkeiten da abzugrasen, es sei denn, sie liegen wirklich direkt an der Strecke, äh, dass ich nicht da fünf Kilometer noch abseits irgendwo hinfahren muss, ne, ähm, ich sag mir immer, okay, ne, wenn ich mal irgendwann mit dem Rollator unterwegs bin, dann kann ich mir den ganzen Quark, Museen und, und Tralala bei schlechtem Wetter oder bei Sonnenscheinen anschauen, ich glaube, hier war das irgendwie mit der, mit der Ladestation für die Fahrräder, ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, oder es war ein Stückchen davor, müsste mal schauen, also auf jeden Fall gibt es, ähm, an dieser, ähm, Bahntrasse hier, der Balkantrasse, wirklich Ladestationen, es ist ja wirklich auch eine ganz tolle, sehr lange zusammenhängende, durchgehende, Bahn, ehemalige Bahntrasse, die man wirklich, ja, wie gesagt, bis auf das Stück von Wermelskirchen, ähm, fast zu 100% wegen dem Stück von Wermelskirchen, nicht, ähm, also, auf der man dann wirklich toll radeln kann, Absatz vom Straßenverkehr, ja, ich glaube, wir nähern uns jetzt hier schon mal langsam Burscheid, oder wie auch immer, ja, ich freue mich ja schon darauf, ich wollte euch ja noch was zu erzählen, alter Bahnhof Burscheid, ich warte ja jetzt hier die ganze Zeit schon, dass der mal irgendwann kommt, ähm, ja, ihr seht rechts und links immer mal wieder Bänke, was ich ganz toll finde, übrigens, ne, ähm, ich bin ja schon viele ehemalige Bahntrassen geradelt und, äh, manchmal vermisse ich da so, doch hin und wieder mal eine Bank, wo man mal sich hinsetzen kann und vor allen Dingen, wie gesagt, wir planen ja mittlerweile auch, meine Frau und ich, ähm, wegen Corona, äh, auch einige Touren ohne einkehren zu müssen, nehmen uns also so ein bisschen was zum Futtern mit, zur, zur Verpflegung, gut trinken, sollte man eh immer dabei haben, ist ganz klar, denke ich mal, wisst ihr auch, aber, ähm, ja, so diese, diese ganze Corona-Regelei, ne, mit dem Mundschutz und einweisen und desinfizieren und Toilette gehen und, ach, das macht irgendwie nicht wirklich Spaß, ne, zu dieser, zu dieser Pandemie-Zeit, ne, ich finde es wirklich ein bisschen nervig teilweise, ne, es verdirbt einen immer irgendwie so ein bisschen die gute Laune, finde ich. Ja, hier mal wieder so ein kleiner Straßenübergang, ja, und hier rechts diese weiß-roten Hinweisschilder zu irgendwelchen Attraktionen, ja, hier geht es jetzt witzigerweise bergab, vorhin war, wie gesagt, dazu, bevor die Straße gequert werden konnte, hier wieder so ein weiß-rotes Hinweisschildchen, ich weiß nicht, oder es war hier mit dieser Ladestation, bin mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, ja, ist wirklich schade, dass man da nicht mal im Netz irgendwie wirklich hinweist, ich finde es übrigens auch ganz schön, Käse, auch mit den Bahnhöfen, da habe ich auch mal einen Kommentar bei der DB hinterlassen, auf deren Internetseiten, mittlerweile gibt es da, glaube ich, Hinweise, wie man da barrierefrei auf die Bahnsteige kommt, oder ob der Bahnsteig oder der Bahnhof überhaupt barrierefrei ist, oder Zugang möglich ist, das finde ich immer mit den Fahrrädern auch wichtig, weil die benutzen wir ja natürlich auch, obwohl es gab schon mal einen Aufzug, das war auch witzig, da passt überhaupt kein Fahrrad rein, also selbst mit allen Tricks und Möglichkeiten, die mir so eingefallen sind, den Lenker zu verdrehen und quer, um die Länge zu verkürzen, also hat es nicht geklappt, das Fahrrad da rein zu kriegen, also ich glaube, dass es selbst für einen Rollstuhl mit etwas größeren Ausmaßen auch nicht sehr einfach sein dürfte, in den Aufzug sich rein zu buxieren und zu nutzen. Ja, ihr seht, uns überholen auch immer mal wieder Leute, die durchaus schneller unterwegs sind, ja, wir sind ja wie gesagt eigentlich mehr oder weniger Genussradler, ich sage ja immer wieder, der Weg ist das Ziel, deswegen die Sehenswürdigkeiten schenken wir uns immer ein bisschen, ich finde, die Strecken auch eigentlich immer viel zu schön, dass man da sich die Zeit verplempert mit irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, die dann irgendwo fünf Kilometer weit abseits von der Strecke liegen. Ja, hier wird es dann jetzt auch ein bisschen nicht ganz mehr so steil bergauf, ich glaube, jetzt kommt hier auch dieser alte Bahnhof Burscheid, also da kann man genau, hier ist der genau, hier kann man dann auch nochmal Rast machen, ihr seht wirklich sehr schön, ich bin auch mal extra ein bisschen langsamer geradelt, damit man, damit ihr euch das anschauen könnt, gefiel mir sehr gut, vielleicht haben die auch eine Steckdose für die Radfahrer über, ja früher, das sollte man, fällt mir gerade ein, vielleicht auch noch wissen, deswegen geht es hier jetzt auch ein bisschen etwas weniger steil bergauf, dass man die Bahnhöfe oder beziehungsweise dort, wo Bahnhöfe waren, so gebaut hat, von der Strecke her, dass die Züge fast waagerecht standen. Das hat man wohl deswegen gemacht, weil das Anfahren an der Steigung für einen Zug früher ja auch mit erheblichem Aufwand oder nicht ganz so einfach war. Man musste ja erstmal die Bremsen lösen, vor allen Dingen in Dampflokzeiten und dann Gas zu geben. Also wer ein Auto hat und vor allen Dingen mit Gangschaltung und wirklich einen steilen Berg anfahren muss an der Ampel oder an einem Stoppschild, der wird wissen, was ich meine. Man muss, man lernt das ja in der Fahrschule, langsam die Handbremse lösen und gleichzeitig Gas geben und langsam Kupplung kommen lassen. Das hört sich alles so einfach an, aber am Berg, jo, und so ähnlich war das mit den Zügen auch und aus diesem Grund hat man versucht oder hat es so gemacht, dass man Bahnhöfe so gebaut hat, dass die ja möglichst waagerecht waren. Das findet man übrigens auch an der Wuppertaler Schwebebahn, das ja auch aus dieser Zeit stammt. Ja gut, Bahn gibt es ja schon, Eisenbahn gibt es ja schon seit 1800 Tuck. Die Schwebebahn stammt so aus 1900, 1901, ist glaube ich eingeweiht worden, aber dort kann man das auch ganz toll sehen, wenn ihr da mal seid, macht mal eine Fahrt oder schaut euch mal auf der Strecke einen Bahnhof an, nicht unbedingt den Döppersberg, das ist ein großer Bahnhof, da sieht man das nicht so toll, aber an vielen anderen Bahnhöfen, wie gesagt, dann kann man das Gerüst so sehen, dass es wirklich auf einmal so eine Art Knick hat, weil es genau an dem Bahnhof in Waage ist und genau das hat man bei den Eisenbahnen auch gemacht, beziehungsweise wahrscheinlich hat man das abgeschaut oder übernommen bei der Schwebebahn. Ja, hier überqueren wir übrigens gerade die A1. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, weil die Kamera ist ein bisschen tiefer, aber gut, einen Blick auf die A1 zu werfen ist ja auch nicht wirklich toll, ist laut und die A1 ist ja auch ein Hauptschlag Ader, deswegen die Nummerierung wisst ihr ja, gerade Zahlen sind Nord-Süd-Autobahnen und ungerade Zahlen sind eigentlich Ost-West oder wie war das noch? Ne, die A3 geht auch nach Norden und Süden. Ach, ich weiß nicht mehr, ich glaube doch, die Ungarn gehen nach Norden und Süden und die A2 zum Beispiel geht von Ost nach West richtig sowas. Das war so die Nummerierungsregelung. Ja, ähm, das war eigentlich mal so ein, so eine Radtour im Rundkurs wegen Corona, weil, wie gesagt, ich ja nicht so gerne zu Corona-Zeiten mit Bahn oder Bus oder Fahrradbus unterwegs sein möchte, ähm, wegen den ganzen Viren, die irgendwo äh, in den Fahrzeugen verteilt sind. Man gibt sich ja viel Mühe mit der, mit der Desinfizierung und tralala, aber ein gutes Gefühl habe ich trotzdem nicht. Ähm, ja, äh, deshalb mal eine Tour im Rundkurs. Wie gesagt, meine Frau sagte, sie wird die Tour so nicht mehr nochmal fahren, vor allen Dingen das Stück an der Sengbachtalsperre war doch sehr anstrengend und, ähm, beziehungsweise es ging viel bergrauf und bergrunter und, ähm, ja, sie hat da so ein bisschen Knieprobleme und, ähm, also für die Leute, die jetzt, ähm, älter sind oder nicht ganz so fit sind, auch mit dem Pedelec unterwegs sind, ähm, ja, man kann die Tour machen, übrigens stand glaube ich schon bei, ähm, Komoot drin, jetzt muss ich mal gucken, das muss ich euch doch nochmal vorlesen, he, das fand ich nämlich doch ein bisschen witzig, da steht schwere Fahrradtour, gute Grundkondition erforderlich, auf einige Passagen wirst du dein Rad vielleicht schieben müssen, naja, ähm, also ganz so schlimm ist es nur jetzt nicht, aber wie gesagt, ähm, ja, man muss schon ein bisschen gucken, und, ähm, ja, wenn man so ein paar, ähm, Zipperlein Zatt, etc., pp, dann sollte man sich's überlegen, oder wenn man einen guten Akku, also unser Akku war fast leer, ne, äh, wir hatten nur noch einen Balken von vier oder fünf, weiß ich jetzt gar nicht, und es gab glaube ich einen 350 Watt Akku, okay, wir sind jetzt hier auf den letzten paar Metern, ähm, rauf zu unserem Ausgangspunkt, Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.